So meine Freunde, hier könnt ihr bereits sehen, der Cuboid und die Cubis. Ja, das sind die beiden feinen Gerätchen, von denen ich euch heute noch ein Review machen werde. Erstmal ein ganz grobes, wo ich erst mal ein bisschen erzähle und später werde ich dann noch in die Einzelheiten reingehen. Also für alle Leute, die mehr wissen wollen, das folgt ja später. Alles klar, ich bedanke mich schon mal bei euch und ja, wir sehen uns.